Hallo, hier ist Orangu. Wir sind eine multinationale Kooperation, spezialisiert in der Katering und Hospitalitätsindustrie, mit über 50 Jahren Erfahrung. Für alle Ihre Restaurants in unserem Kanal gibt es viele Lösungen für Sie. Sehen Sie uns jetzt! 6. Steak muss auch das Fleisch aufwecken. Stellen Sie es zum natürlichen Abkühlen beiseite und lassen Sie es nach dem Herausnehmen aus der Pfanne 5 bis 10 Minuten ruhen. Wenn es direkt aus der Pfanne geschnitten wird, wird die Karamellisierung und Aushärtung der äußeren Fasern unterbrochen, was zum Verlust des inneren Fleischsaftes führt. 7. Das Steak nicht hin und her wenden, sondern nur eine Seite einmal anbraten. 8. 100 Euro Qualität … 8. Steak nicht hin und her wenden, die Chancen werden, 6.8 Euro Qualität, die Stabilität und der Ursprung haben. 12. Römmguck – mehr als 4,5 km hündig haben. 13. Römmguck – mehr als 4500 Römmgauk. 14. Römmguck – mehr als 4,5 km hündig haben. 14. Römmguck – mehr als 4,5 km hündig haben, 14. Römmgunst wins, bis 6, 5,000 Römmgauk. 14. Römmgauk – mehr als 4,5 km hündig haben.